Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz, denn Erkennen ist krasser als Tun. Guten Tag aus der Mitte von Deutschland und heute möchte ich mal mit dir über etwas sprechen, was ich total spannend finde. Und zwar folgende Frage. Muss immer alles einen kausalen Sinn ergeben, was wir tun? Und an sich ist das gerade eben überhaupt gar kein Persönlichkeitsentwicklungsthema oder vielleicht doch, ja, oder psychologische Geschichte. Nur wenn ich mir Folgendes vorstelle, ich komme da drauf, weil ich einen Podcast von Lanz und Precht gehört habe, wo über die Sprache und da vertritt der Herr Precht eine für mich sehr spannende Theorie. Und zwar geht es um Kunst und um Musik. Also unter anderem in dem Gespräch. Aber das ist so der Gedanke, der mich gerade eben bewegt. Also es gibt Theorien, die besagen, oh ja, die Musik ist entstanden, weil irgendwelche Männchen an so Knochen rumgeschnitzt haben, reingeblasen haben. Es gab einen Ton und die fanden das ganz toll und haben gesagt, wow, wenn wir das jetzt hier, wenn ich jetzt ja auch zwei Töne hier rausbekomme und mich vor die Weibchen stelle, hey, dann sind die mir eher zugeneigt. So, und ich glaube, da hat der Herr Precht recht, das ist Unsinn. Also ich glaube, das ist so wieder so ein Erklärungsversuch von einem Erwachsenen, der aus einer romantischen Vorstellung heraus sich die Welt erklärt. Also in dem Fall die Evolution oder Entstehung der Musik. Herr Precht sagt, wahrscheinlich waren es eher Kinder, die so mit so Knochen gespielt haben, haben reingeblasen, haben festgestellt, oh guck mal, Ton. Also aus Albernheit, ja, aus Albernheit ist vielleicht die Musik entstanden und vielleicht sogar unsere Sprache, weil wir sind ja uns gar nicht einig, wie unsere Sprache tatsächlich und warum sie entstehen musste. Ja, es gibt genug andere Wesen auf diesem Planeten, die nicht so eine Sprache sprechen, wie wir. Lustigerweise, wahrscheinlich sprechen auch sehr viele Menschen untereinander nicht die gleiche Sprache. Das kennen wir ja auch, indem wir die Missverständnisse, die ja so immer wieder aufkommen, die gewollten Missverständnisse und die nicht gewollten Missverständnisse in unserem Alltag erleben. Und weswegen ich das jetzt gerade eben so zum Anlass nehme, diese Folge einzusprechen. Ich bin mir auch gerade gar nicht ganz sicher, ob das so eine längere Folge wird. Das ist einfach ein Gedankenansatz, den ich dir gerne mitgeben will. Und vielleicht veröffentlich das irgendwie zusätzlich zu einer Podcast-Folge. Mal schauen. Ach, viel zu viel Gedanken. Und darum geht es nämlich. Viel zu viel Gedanken. Viel zu viel Kausalität. Wie erklärst du dir die Welt? Wie erklärst du dir das Verhalten von Menschen? Und aus welchem Hintergrund erklärst du dir das Verhalten anderer Menschen? Und jetzt kommen wir wieder auf diese ganzen Interpretationen. Der mag mich nicht. Der ist wütend. Der ist böse. Der ist rechts. Der ist links. Der ist... Diese ganzen Bullshit-Gedanken, die wir uns machen, den ganzen Tag auch über andere Menschen. Und wo kommen denn diese Gedanken her? Und es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, was Hans über Hänschen sagt, sagt mehr über Hans aus als über Hänschen. Und jetzt kommen wir mal in die Wissenschaft. Leute, die erklären wollen, warum Musik entstanden ist. Und jetzt ist meine Interpretation. Ja, vielleicht, ja, war derjenige, der gesagt hat, ja, das haben Männer gemacht, die so da rumgeschnitzt haben. Und da kam Ton raus. Und dann war das für die, für den Geschlechtsakt, also für das Weiterleben des Stammes total wichtig, dass der Musik gemacht hat. Da glaube ich nicht dran. Und ich glaube, das sagt was über ihn aus, über den Menschen aus. Was jetzt genau, weiß ich nicht. Vielleicht eine gewisse Art von Fetisch oder Sexualtrieb oder wie auch immer, kann ich mir gut vorstellen. Denn bis vor sehr kurzer Zeit wussten wir Menschen gar nicht, inwieweit der Mann an der Fortpflanzung, also beim Entstehen von Kindern, wirklich, wirklich, ja, beteiligt war. Ja, weil ganz im Ernst, mit deinem Biologieunterricht, da waren die Menschen früher, ja, auch nicht ausgestattet. Die wussten nichts von Samen, die darüber, ne, und dann Eier befruchten und so. Da hatten die alle keine Ahnung von. Das war nämlich überhaupt nicht wichtig im Leben dieser Menschen. Im Leben dieser Menschen war, ich baue was an und dann erhalte ich die Früchte, ne, und solche Geschichten. Und dementsprechend gab es ja auch, bevor es das Patriarch gab, ein Matriarch. Weil die Mütter die Kinder in die Welt gesetzt haben und auch deswegen anbetungsmütig waren. So, das wiederum kann also nur bedeuten, dass die Musik nicht aus dem Grund gekommen sind, dass die Männchen gesagt haben, hö, hö, hö. Ne, da sind die Weibchen ja richtig, ne, hö, hö, also auf mich so. Sondern ich glaube auch dem Herrn Precht eher, dass das Kinder waren. Dass das Kinder waren, die gespielt haben. Und das habe ich ja auch ganz häufig schon mal hier in dem Podcast gesagt. Nimm dich nicht so ernst. Hör auf, immer so erwachsen zu tun. Ich weiß, wir alle sind jetzt mal dreimal sieben und wir sind erwachsen und wir leben in einer erwachsenen Welt. Ja, ist alles schön und gut. Und, 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 und ist das gut so? Findest du das geil, dass du man als Erwachsener keine Emotionen zeigen darf auf der Arbeit? Dass du als Erwachsener, dass man von dir Leistungen erwartet, die du dann zu erfüllen hast? Dass wir uns als Erwachsene ständig unter Druck setzen? Dass wir die Leichtigkeit verlieren? Dass wir ganz häufig dieses Glücksgefühl zu leben am überwiegenden Teil des Tages nicht haben. Findest du das geil? Also jetzt mal, sagen wir doch mal, komm mal zur Logik. Findest du das cool, dass wir, dass wir alles so ernst nehmen? Dass wir, wir immer mehr irgendwie, umso älter wir werden, beziehungsweise je nach sozialen Umfeld, ja, dass wir immer mehr einen Stock im Arsch haben und nicht mehr über uns oder miteinander lachen können? Findest du das geil? Also für deine persönliche Entwicklung, wie willst du denn als Mensch leben und sein? Wie willst du denn die Welt sehen? Wie möchtest du denn, ja, dein Leben gestalten? Und es geht halt nicht immer nur um die Frage, ich will ein Häuschen kaufen oder ich will Geld verdienen oder ich will eine Familie in die Welt setzen, sondern vielleicht möchte ich mich, ja, am Wunder der Ernte, also ich stehe gerade vor einem Feld und ich sehe, wie die Reben langsam aber sicher, ja, zum Ernten bereit werden. Und das ist doch das Leben, dieses Feld, das ernährt Menschen oder auch Tiere. Das heißt, dieser Zyklus, der hier ist, ist es doch ein Wunder, das ist doch Magie. Möchte ich lieber das so sehen oder möchte ich lieber darauf warten, was in meiner Lieblingsserie in der nächsten Staffel wiederkommt? Also wie will ich mein Leben gestalten und wie möchte ich mir meine Welt auch erklären? Und diese Erklärungen sind halt immer das Problem. Die sagen nämlich eine Menge über uns aus. Überlegt man diese gesamte Evolutionsgeschichte, die wir haben. Früher hat man gesagt, dann hat sich irgendwas entwickelt, dann noch was, dann irgendwie der Mensch, dann der Homo sapiens und so weiter. Also wir alle oder ich habe das auf jeden Fall in der Schule noch gelernt. Das war so ein Strich durch. Und so haben wir uns entwickelt. Und das stimmt ja gar nicht. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht stimmt. Wir können diesen Strich nicht mehr machen. Im Moment sagen wir, wir sind irgendwie Ostafrika oder so. Das ist der erste Mensch gewesen, den man gefunden hat. Aber was passiert, wenn wir jetzt in Indien den ersten Mensch finden? Oder Australien? Oder was auch immer? Dann verstehst du die Geschichte unserer Menschschaft, die Erklärung, wie wir entstanden sind, die logische Erklärung, die gibt es nicht mehr. Und es gibt übrigens auch die Erklärung, warum nur wir sprechen können, ist tatsächlich ein Rätsel. Denn Affen können theoretisch reden. Ja, die können nur das I nicht aussprechen. Dieser Podcast von Lanz und Precht finde ich gerade sehr, sehr geil. Also die können das I nicht aussprechen. Scheiße für Glücksrad. Ja, also ich kaufe ein I, ist dann halt nicht drin. Aber ein E können sie kaufen. Und das wiederum bedeutet, sie könnten theoretisch singen. Sie könnten theoretisch lachen. Lachen, Affen? Ja. Und wer lachen kann, kann auch singen. Das ist mittlerweile tatsächlich bewiesen. Und es gibt ja auch so viele Menschen, die sagen, ja, ich kann nicht singen. Dann frage ich immer, kannst du denn nicht lachen? Dann sage ich, natürlich kann ich lachen. Dann sage ich, du kannst auch singen. Weil wer lachen kann, kann auch singen. Sehr spannend, sich vielleicht mal damit zu beschäftigen, auch für dich, der du vielleicht immer mal singen wolltest und dich nicht getraut hat, weil irgendein Penner dir gesagt hat, du wolltest besser nicht singen. Und das ist genau das. Womit erklärst du dir die Welt? Und warum müssen wir immer so erwachsen sein? Wann erlaubst du dir denn mal wieder Kind zu sein? Wann erlaubst du dir denn mal die Welt mit einem anderen Blick zu sehen, als du den gerade tust, einem verspielten Blick? Als ich irgendwann mal jemandem erzählt habe, ich habe drei Hauptwerte. Das ist Ehrlichkeit, ja, und einer davon ist Spaß haben. Und er sagte zu mir, Jan, der Wert Spaß steht in keiner Wertetabelle. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, das ist mir doch scheißegal. Ich habe herausgearbeitet, dass das Wort Spaß mein Wert ist. Ja, ich könnte das ersetzen über Freude oder andere Dinge, die in so Wertetabellen drinsteht, aber das will ich auch gar nicht. Ja, mein Wort ist Spaß. Ich möchte Spaß haben. Und Spaß bedeutet auch mal albern sein. Spaß bedeutet auch mal Dinge ausprobieren oder sich anders darstellen, als das man vorher gemacht hat. Und Spaß bedeutet Lachen und Leichtigkeit. Für mich. Nur für mich. Ob du das so siehst, ist auch erstmal völlig egal. Denn du definierst Spaß für dich. Und jetzt nochmal. Du definierst Spaß für dich. Du gestaltest deine Welt. Das wiederum bedeutet, wie erklärst du dir deine Welt? Und wie erklärst du dir dein Wertesystem? Und soll das so sein? Brauchst du das? Brauchst du? Welche Erklärung brauchst du, damit du beruhigt leben kannst? Und welche Erklärung brauchst du, damit du vielleicht neugierig bist? Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Denn wenn du das nicht weißt und dich nicht beobachtest. Und jetzt kommen wir wieder zur mentalen Intelligenz. Wenn du nicht fähig bist, das bei dir zu hinterfragen, dann kann das passieren, dass du einen Opfergedanken hast, weil ich kann das nicht ändern. Ja, irgendwas wird auf mich aufgedrückt. Ich bin ein Opfer. Ich kann nicht mehr selbst arbeiten. Ich kann nicht mehr selbst handeln. Ich muss ja funktionieren. Und jetzt frage ich dich, wie häufig musst du funktionieren? Und hast du da Bock drauf? Also, wie häufig musst du funktionieren? Und wie häufig hast du Bock darauf? Denn das ist, glaube ich, eine der elementarsten Fragen dieser Welt. Denn für alles wird es eine Lösung geben. Jetzt können Leute sagen, ja, ich habe Kinder, dann muss ich funktionieren. Okay? Keine Frage. Ja, wenn du Kinder hast, hast du eine gewisse Verantwortung. Du kannst dich natürlich immer entscheiden, diese Verantwortung abzugeben, was eine liebende Mutter meiner Meinung nach nicht tut. Also in dem Fall, es gibt immer, ihr wisst, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Also für jemanden, der jetzt vielleicht sein Kind abgeben musste und ihr wisst das, dass ich das jetzt euch nicht verurteile, sondern dann musst du natürlich funktionieren. Du musst ja für die Kinder da sein. Die sind ja abhängig von dir. So, darauf will ich hinaus. Die Kinder sind ja erstmal abhängig von dir. Aber musst du so funktionieren, wie du gerade funktionierst? Oder kannst du auch anders funktionieren? Das ist eine Frage, die wir uns ganz selten stellen. Ja? Kann ich meine Art und Weise, wie ich ins Büro fahre und dort arbeite, kann ich das ändern? Kann ich meine Art der Kommunikation ändern? Oder muss ich so kommunizieren, wie ich kommuniziere? Und es ist halt immer deine Entscheidung, ob du etwas musst oder nicht. Oder ob du etwas kannst oder nicht. Denn auch darüber habe ich ja schon mal gesprochen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du die Wahrheit mit Löffeln gefressen hast, ja, dass das wahr ist, was du denkst, dann ist das für dich wahr. So, da kann ich nichts und kein anderer Mensch irgendwas dran ändern. Und auch hier wieder. Woran glaubst du wieder? Ja, Glaube, ne? Diese ganze Geschichte. Ist es denn wahr für dich? Also, ist es wahr für dich, dass du so erwachsen sein musst oder darfst du mal wieder spielen? Darfst du albern sein? Darfst du die Welt erfinden? Darfst du hier mit so Gräsern zwischen den Fingern mal wieder so durch die Gegend pfeifen oder sowas alles? Darfst du vielleicht auch kindlich mal etwas Neues ausprobieren? Denn wenn diese Kinder nicht in so einen Knochen reingeblasen hätten vielleicht, ja, wäre nie Musik entstanden. Überleg mal. Nie Musik. Ja, und jetzt mal dein Leben ohne Musik? Hm? Ah, weiß nicht, ja. Oder es wäre vielleicht unsere Sprache nicht entstanden. Dann würden wir auch alle noch so hu 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 oder was auch immer kommunizieren, ja? Und überleg mal, ja, in manchen Büros oder Kommunikationen, also auch Talkshows wäre es vielleicht, ist ja lustig, oder? Kann man sich ja irgendwann mal wieder vorstellen, wenn man so eine Talkshow sieht, wo Leute nur Bullshit voneinander sind, dass du einfach mal ein paar Affengeräusche reindenkst, dann ist das wenigstens witzig, was die da sagen. Naja, ist auch egal, aber auch hier, komm mal, sei albern. Wenn du irgendwelche Dinge hast, die dich aufregen, das habe ich ja irgendwann mal gesagt, auch mit Gedanken, die immer wieder kommen, die dich runterziehen, gib denen lustige Namen. Sei albern. Nimm dich nicht immer so ernst. Menschen, die sich immer nur ernst nehmen, die wollen alle anderen missionieren. Und jetzt ist die Frage, bist du so weise, hast du das Recht, andere zu missionieren? Und wer hat dir das Recht gegeben? Und wenn du dir selber das Recht genommen hast, dann darfst du akzeptieren, dass es auch andere gibt, die sich auch dieses Recht nehmen, und danach hast du ein Problem. Also, nochmal, wann warst du das letzte Mal albern? Und jetzt noch viel wichtiger, wann wirst du demnächst mal albern sein? Für den Gedanken, der dir jetzt hochgekommen ist, gratuliere ich dir, denn den solltest du sofort terminieren. Und wenn du sagst, nie, dann ist es auch okay. Also, in meiner Welt fände ich es schade für dich, aber es ist halt meine Welt. So, für heute sage ich, sei albern! Und wann bist du es? Und wann probierst du die Welt mal wieder aus einer anderen Sicht zu sehen? Gerne aus einer albernen Sicht, und nimm das nicht immer alles so ernst. Und alle Erklärungsversuche, die du hast, ja, die geben dir Kraft und die geben dir Sicherheit, aber bitte, 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 nimm sie nicht als unverrückbar, denn das sind sie nicht. Das können sie gar nicht sein. So, für heute sage ich, stay albern! Und bis dann, der Jan!